Schade, dass man nicht vom Vogel aushacken kann. Mir sind da zu viele Viecher. Auf der einen Seite. Sag ich ja. Zu weit geht's ja noch, weil dann legt der eine ab und... ...der andere... ...baut ab oder so irgendwas. Oh, da unten ist ein Alpha Raptor, ne? Scheiße! Scheiß Katze! Scheiß Katze! Komm! Säbertuf weg! Wo ist der Alpha? Da unten irgendwo. So, wo ist jetzt der deppete Vogel hingeflogen? Endlich einer Raptor rennt sich schon hinterher. Der links, der da alles kaputthaut. Nein, jetzt ist der Nagel da, wieso auch noch? Lieber weggehen, oder? Mhm. Ok, der lukte den einen. Ich hab mal einen... ...einkullt. Ja, ich auch, aber... Oh, so schnell sind die gar nicht. So, da ist ein Mammut. So ein scheiß Ding. Wenn du die Katze machst und du die nicht triffst, dann sind die schon ganz schön fies. Ich sehe Markus. Was? Ja, du fliegst grad hoch, oder? Ja. Ja, wir sind hinter dir. Ah, dann seid ihr komplett auf die andere Seite wieder geflogen. Na, jetzt sind wir doch runter fast. Na, ihr seid jetzt auf der anderen Seite vom Berg runter. Wir sind nicht Richtung Eisgebiet runter. Ja, eh nicht, aber ihr seid jetzt auf die komplett andere Seite. Weil das ist die Seite, wo unser Haus ist. Ja, und wir sind ein bisschen weiter westlich runtergeflogen. Na ja, ok. Wenn du meinst. Ja, ich hab auf die Karte geguckt. So, da ist ja mal Holz. Dann brauchen wir dann auch ein bisschen Fetsch. Übrigens kann man auch glaube ich selber auf dem Agentavis gucken durchs Fernrohr. Ja. Da sitzt die scheiß Bude da. Boah, hab ich mich jetzt ersch... Ich hab auch das in E gedrückt. So, da kommt der Eingang auf jeden Fall hin. Bedeutet, da kann ich mal zwei Plattformen als Wände setzen. So, du sitzt Holz. Das ist gut so. I need wood. So, jetzt überlege ich grad Plattformen da mal. War nur ein Stück. Was hab ich denn jetzt nicht mit? Ah, mir fehlt der Stein jetzt. Ah, da müsste im Rex normalerweise zwei oder drei Stacks drinnen sein. 92. Das war's. Nicht sehr viel. Brauchst du noch Wasser? Na, es hat geregnet. Ich brauch Stein jetzt. Ich glaube, irgendwo muss Stein noch drinnen sein. Hätte ich geglaubt. Nein. Nix Stein. End nix. Schlecht. So, wir machen eine eins, zwei, drei, vier, fünf mal drei, Bruder. Wie viele Seelings hast du noch? Nix mehr. Aber jetzt brauche ich Stützen. Ich brauche jetzt Stein. Und ich brauche aber unbedingt eine Smith auch. Ja, das kann ich machen. Weil ich kann meine Spitzhacke nehmen. Äh. Nein, nicht Forge, eine Smith zuerst einmal. Ja. Erstmal ruhig eine... Hast du Metall? Achso, nein. Ja. Aber dann platzier die gleich ganz relativ weit außen auf der Kante. Hm. Du hast erst einmal Stein. Halt, fünf mal drei wird das Haus. Ich brauch Stein. Ja, ich auch. Ja, ich brauche hundert... ...fünf, zwanzig allein und da schon für... ...für das eine. Ja, ja, passt schon. Haben wir gleich zusammen. Ihr könnt aber... Ihr könnt ruhig mit der... ...Spitzhacke das Metall abbauen. Weil dann bekommst du auch genug Stein raus eigentlich. Mal fürs Erste. Dann baue ich ja mal nur den normalen Stein ab. Mit der... ...Axt. Weil ich hab keine Spitzhacke mehr. Du wirst ja nicht bei Abbahn die ganze Zeit klicken, oder? Dann wird man's nicht hören. Es reicht ja, wenn man drauf bleibt. Es reicht ja, wenn man drauf bleibt. Hast du grad gequäftet? Nein. Wie sollen wir dann so viel... Achso, das geht grad so hoch. So extrem. Ich hab Stein genug jetzt. Hast du das restliche Material mit? Ja, alles in meinem Inventar, aber ich bin oben. Achso, super. Ich muss Metall außerdem wegbringen. Weil ich sehr stark voll bin. Ja, passt schon. Und kein Essen mehr hab. Dann sollte man nachher mal das Feuer anwerfen. Wahrscheinlich. Ja, geht auch mit Fetch. Ja, davon haben wir auch nicht unendlich, ne? Aber in der Kiste... Ja, aber wir werden uns ein Mortal Pint auch herum machen. Dann haben wir zumindest... Dann werden wir es sich mit... Nicht mit Holz betreiben, sondern mit... Nein. Spug Powder. Spug Powder. Dann ist gleich sinnvoller. So, wo bist du nicht? Rob da gleich den ganzen Stein dahin, oder soll ich... Warte, Kiste ist glaub ich eh auch Platz, oder? Das ist 174. Dann nimm da du mal das raus und... Entweder du gibst mir das Zeug nachher. Hm. Ja, ich gib dir das schon. Zum Platzieren? Dann gib's in die Truhe rein. Gleich am besten. Dann kann ich's gleich rausnehmen. Warten. Boah, schwere Frage. Was ist unser Lieblings-Dino? Ich würd das Lieblings-Dino zur Zeit... Den Säber-Doof noch immer sehen. Säber-Zand-Tiger. Das war eigentlich auch als Kind immer schon... Einer von meinen Lieblings-Raub-Tiere. Sozusagen. Dinos. Bei mir ist es... Wie heißt es? Ich mag den Agentavis gern. Den mag ich auch. So, ich brauch jetzt nur noch 5 Metal. Wo ist mein Toro geschmissen? Ich hätte weiter... Ich hätte weiter hinter es setzen sollen. Ja, ist wurscht. Was magst du da jetzt in dem... Oh, da gerade? Na, Fleisch. Soll ich ein Mortal-Ding da machen? Weiß ich nicht. Mach mal einen. Ich renn schon zum Ofen rüber. Ich sprinte. So schnell ich kann. Das Ding liegt in der Kiste, ne? Was? Der Mortal-Dings. Na, ich hab den Ofen eh falsch platziert. Der hätte weiter hinter ich geholt, aber ich hab keine Mauer gehabt. Ja, passt so. Wenn nicht bauen wir den irgendwann noch einmal. Der kostet jetzt nicht so die Welt. Wie ging Spark-Potter mit... Ja, ich kann's eh doch... Stein und Flint. Wir bauen einfach daneben. Hol dir irgendwer noch Holz mal wieder. So. Mach mal 70 Spar-Powder, ne? Mach. Mach, wir brauchen sie. Oh, Schlange. Wir haben eigentlich relativ viel Dinos. Wir haben zwei Mammuts. Drei Trikes. Oh, dann haben wir noch... So einen Stein-Klopper. Dann einen zum Eisenfarmen. Nein, zwei Stein-Klopper. Dann einen zum Eisenfarmen. Zwei mal Raptoren. Zwei mal Raptoren. Einen Dilo. Zwei Spucker. Poah. Lass mich überlegen, haben wir noch was? Hast du Spark-Powder schon reingegeben vielleicht? Nein. Weil das kann man nachher austauschen sofort. Geh in das Holz raus und das Spark-Powder rein. Ja, tausch mal. Weil... Sorry. Aua. War unabsichtlich. Das ist nicht so schlau, mich zu schlagen. Wieso? Irgendwann fall ich runter. Geh. Da fliegt man nicht runter. Ja, mindestens fünfmal gestorben. Ich hab auch jetzt erst wieder heute einen... ...Sever-Doof hingemacht. Unabsichtlich. Wir haben zu wenig Fetch, eindeutig. Wir haben noch 50 Steine. Für? Die Smith. Ich hab 29 grad bei mir. Dabei. Ja, und in der Kiste ist nix mehr. Ja, aber in den Diren hab ich's grad ra... Geil, ich kann da keine von... Ah, ich muss erst die... Scheiße. Falsch gecraftet. Wie hat da denn das Feuer hingesetzt? Das Lagerfeuer. Echt? Ja, nicht einmal... Nicht einmal das bringst du hin, dass es nicht in der Wand drinnen biegt. Das ist immer mit dem schnell, schnell, schnell. Ich hasse das wie die Best. Das wär nicht schnell. Na sicher, weil sonst... Ich hab gedacht, das ist einfach nicht da drin. Mhm. Ja. Und wieso hast das überhaupt hingesetzt, wenn wir jetzt derweil oben eins haben? Da hat's auch noch eins. Weil ich nicht die ganze Zeit hin und her rennen will, aber... Okay. So, was mach ich denn auf dem? Den mach ich mal. Na, eine Schildkröte ist noch da in Ordnung. Und zwei haben wir zum Verteidigen hingesetzt und wahrscheinlich wird der irgendwas einmal angegriffen haben. Schätz' ich. Grob. Ach ja, da war ein Krokodil. Ja, da war einmal das, einmal das, einmal das. Wo bist du, Markus? Ja, oben. Wieso? Dann geb ich dir die Smith. Da. Vor dir. Raus. Raus. Ich brauch Stein jetzt für sa... Für depperte Plattformen. Ah, für Stützen. Weil ohne Stützen, sagt er, kann er mir keine Wende hinsetzen. Eine Wende? Ja, weil er keine Foundation daneben hat. Find ich auch lustig, weil Plattformen, äh, Seelings kannst du setzen, aber es bei Wende nicht. Ja, aber dann neu. Ah, das Mief kann ich noch nicht setzen, weil ich däte gleich neben der... Ah, neben der Schmiede setzen. Gerne. Da brauch ich aber mindestens noch einen Seeling. Und, ja, Wende hab ich eh dann schon. Ich brauch Stein. Ah, das ist doch kein Stein. Ist da unten Stein noch? Ja, hinten weiter tiefer drin. Ich baue sehr weit mit meiner Spitze Metall ab für die Steine. Und die ist auch bald kaputt. Genauso wie meine Axt. Ich bin da oben. Wenn ich weiter, habe ich auf einmal weg. Ja, es war ungefähr auf einmal weg. Grafnecker. Wir haben da eine Zeitlang nachher nicht gespielt. Ich glaube, ich habe eineinhalb Wochen oder sowas. Und dann waren wir auf einmal nur eine Schildkröte da oder so. So Das wird unsere kleine Zwischenbasis Da hier oben Hast du Stein? Ja, 43 Ich komm zu dir, drops nur die bitte Mhm Weil dann baue ich mir gleich Ceilings Na, so lange Monate haben wir nicht gespielt Ich war immer zwischendurch oben auch Ich kann die nicht aufnehmen Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Was soll jetzt? Ah, ich bin nicht einmal daneben gestanden Was fehlt denn da jetzt? Wut Scheiße Wut haben wir auch keins mehr oder? Ja, oben Sicher? Was ist da auch ein Lagerfeuer? War schon Das habe ich angemacht Okay Das hier Genau, das passt auch Dann hole ich mir die Gewände da raus Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?